Ich habe nachgedacht über die Spezialisierungstendenzen gewisser Insektenarten. Rängen Sie sich nicht an. Versuchen Sie, wenn ich so schlafe. Jedes Ameisenvolk hat Arbeiter, geflügelte Männchen und eine Königin. Der Staat wird organisiert. Von der Königin. Sie muss daher geschützt werden. Sie ist das Herz und der Seele. Das Leben ihres Volkes. Sie ist das Innerste. Sie ist es, die spricht. Wenn Sie sterben dürfen. Wenn der Staat sterbt. Naja, Sie sehen ja, der Plan ist einfach. Wir lassen Benzin in die ganze Anlage laufen. Und wenn die Ameisen versuchen, sollten die Gräben zu überqueren, dann zünden wir das Zeug an und sehen zu, wie sie alle verbrennen. Was halten Sie davon? Sie haben gute Arbeit geleistet. Wenn das Leben wird, dann wird das. Ich gehe an, was sie überqueren. Dann können Sie dann ... Du wirstYN-Gedäulein.